Das Münchner Oktoberfest. Was wäre München ohne die Wiese? Ganz sicher würde das Highlight des Jahres gehen. Wie in jedem Jahr laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest bereits jetzt auf Hochdunen. Seit Mitte Juli sind die Arbeiter mit den Aufbauarbeiten für das größte Volksfest der Welt beschäftigt. Mein München hat sich auf der Theresienwiese umgesehen und Wiesenwirt Stefan Kuffler besucht. Bereits seit 1984 betreibt die Familie Kuffler erfolgreich das Weinzelt. Wir haben den Festwirt gefragt, was sich in den letzten Jahrzehnten auf der Wiesn verändert hat. Die Wiesn hat sich enorm verändert. Es war damals eigentlich, hat man gesehen, Lederjacken, aber keine irgendwie Trachtlederjacken, sondern Erdmannjacken, hält Schläge ab. Man hat Jeans, Bikerboots, so ist der moderne junge Mensch auf die Wiesn gekommen, ist vorzugsweise beim Autoscooter rumgehangen. Und die Zelte wurden nach und nach eigentlich gerade für die jüngeren Leute erst beliebter, als auch andere Musik angefangen hat zu spielen. Und dann kam auf einmal auch dieser Trachtenboom, der eigentlich durch die Landhausmode, der ich persönlich jetzt nicht so viel abgewinnen kann, aber dadurch kamen auch immer mehr Trachten wieder auf die Wiesn. Weil parallel zur Landhausmode kamen dann auch Leute mit richtigen Lederhosen, mit schönen Dirndln. Und so hat es sich immer weiter eigentlich ausgebreitet. Und inzwischen sieht man ja, in der ganzen Stadt denkt man ja, alle haben sich hier als Wolperdinger verkleidet und rudeln hier rum, als würden sie das ganze Jahr so rumlaufen. Und die Touristen, die München nur von der Wiesn her kennen, sind der festen Überzeugung, dass ein Münchner, also ein ganz normales Tagesquant, die Lederhosen, das Dirndl und die Trachten, die offen ist. Für Stefan Kufler ist die Wiesn das Highlight des Jahres. Während dieser Zeit ist für den Festwirt ein vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Bank sehr wichtig. Also das Verhältnis zur Bank, in unserem Fall der Klatschparkasse, ist natürlich von daher schon besonders wichtig, weil Du in einem Jahresgeschäft irrsinnig viel Zeit hast für alles. Du hast 365 Tage, Du hast auf der Wiesn 16 Tage. Du machst auf der Wiesn fast alles nur einmal. Also Du hast keine Betriebsübungen, da gibt es keinen gewöhnlichen Arbeitsflow. Ach, dass es das wieder kommen wird, wie üblich bearbeitet. Das muss alles zackig gehen, da muss man sich verlassen können, dass es geschieht. Und es ist ein irrsinniger Aberglaube, habe ich festgestellt, dass jede Überweisung auch getätigt wird, dass jedes Bankgeschäft auch so abgewickelt wird, wie man es denn gerne hätte. Und da fühlen wir uns sehr, sehr gut aufgehoben. Auch die Münchnerinnen und Münchner blicken mit großer Vorfreude auf den Start der Wiesn und erzählen, was ihnen besonders gut am Oktoberfest gefällt. Ich finde die Wiesn super, weil sie sehr abwechslungsreich ist, ist im Endeffekt für jeden was dabei. Und man kann eben mit Freunden hingehen, man kann feiern gehen. Und als Nicht-Müncherin ist es eben auch ein Highlight im Jahr. Das Besondere an der Wiesn für mich ist, dass es zu viele Leute zu Wiesn kommen, dass es eine gute Stimmung gibt, dass es sehr, sehr lustig ist, dass viele super gut drauf sind und das macht mir schon Spaß. Also ich finde die Wiesn ganz toll, weil die Menschen sind immer so lustig, sind alle gut drauf, sind alle fröhlich. Man lernt viele Leute kennen, sind irgendwie alle so kommunikativ dann. Also wenn man so mal durch München geht, ist es oft so, dass die Leute eher so ein bisschen unnahbar erscheinen. Aber auf der Wiesn ist irgendwie wie eine große Familie. Das finde ich ganz toll. Das größte Volksfest der Welt blickt mittlerweile auf eine mehr als 200 Jahre alte Tradition zurück. Seinen Ursprung hatte das Oktoberfest im Jahre 1810, als zu Ehren der Hochzeit von Ludwig von Bayern mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen ein Pferderinnen auf der Theresienwiese ausgetragen wurde. Seit diesem Tag feiern jedes Jahr mehrere Millionen Menschen aus aller Welt am Fuße der Bavaria. Untertitelung des ZDF.